Hallo, hier bin ich wieder, euer Lance. Und jetzt versuchen wir mal was ganz, sozusagen Geldvernichtendes. Denn ich werde jetzt versuchen, einfach mal meine Basis von einer der billigsten, nämlich hier bei Fort Sankudo, auf eine der teuersten Basen, oder die teuerste Basis, hier beim Land Act, Land Act, was ist das für ein scheißer Name, Stausee umzuswitchen. Ich gehe also hier rein, mache jetzt hier eine, naja vielleicht farblich, lassen wir es bei dem Schwarz, Basisgrafik lassen wir es auch bei dieser Basisgrafik, die Orbitalkanone nehmen wir hier noch immer, den Überwachungsraum nehmen wir auch immer, wie immer das letzte Mal so, und den Schlafbereich auch. Und kaufen das mal für schlappe 5,5 Millionen. Wir haben es ja. Äh, ne, da auch klassisch. Was war denn bei der, äh, erstklassigen Überwachungsraum. Kapitalkanone, Basisgrafik, Basisstil. Wo war denn das mit dem... Ich dachte, ich hätte irgendwo noch, äh, das mit dem Glas gehabt. Geschwärzte Scheiben, da ist es. Okay. Ahem. So. Und? Wir kaufen. Und geben diese Immobilienzahlung. Achtung. Wird dir mit, ähm, 1,9 wenigstens, äh, darf ich fahren. Und, zack. Wahrscheinlich stehe ich jetzt im Freien. Genau. Super. So. Wir... Na. So. Passivmodus. Nein, nicht Passivmodus. Schmarrn. Ich muss die Kurse aufmachen. Wir holen uns... Ne. Was mache ich heute alles? Wir holen uns unseren Buzzard. Irgendwann. Kriegen wir ihn vielleicht auch. Hallo? Bist jetzt... Sorg, Schmarrn. Ach, da oben ist er ja. Also fahren wir zu unserem Ding hoch. Weil der Zugang zu dem war ja mehr als krank. Und fliegen zu unserem neuen Bunker. Ich hätte vielleicht erst mal den Überfall von Fort St. Gudo machen sollen. Das war jetzt eigentlich ein Schmarrn, was ich gemacht habe, aber egal. Ich bin ja mal gespannt, wie das jetzt abläuft, ob ich meine eigene Basis dann neuerdings nicht mehr betreten darf. Sobald der... lange der Auftrag läuft, ob ich dann nicht mehr in meinen Hangar darf. Ich bin ja mal klar, die ich nicht mehr in meinen Hangar zu machen will, aber ich habe es noch nicht mehr Okay, das ist ja gut. Es ist ja gut. Ich bin ja gut. Und zwar das ist ja gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank für den Einkauf Na, das war doch das Mindeste, dass wir ein Dankeschön dafür bekommen Wow, und da steht sie schon Na ja Und wie soll das jetzt funktionieren? Da bin ich gespannt Mit E dürfen wir sie bearbeiten Wir können die Panzerung hochfahren Das machen wir doch mal Wir haben wieder mal Bomben Wir haben eine Motorverbesserung Also das ist eigentlich so der Standard, den wir ja eigentlich bisher für alles haben Komfortable Steuerung oder Rennsteuerung Da das ein Hubschrauber ist, gehe ich mal hier auf Rennsteuerung Designs Verschiedenste Tarnungen Coole, Uncoole Eigentlich Auch nur der Standard von Den Panzerfahrzeugen bisher Was ich da so sehe Ich schaue mal das Ganze mal von oben an Hinten noch mit Emblem Aber das bleibt eigentlich gleich Keine Kerndigital Dann haben wir natürlich unsere Lackierung Können hier das Ganze auch in Chrom haben Oder Was haben wir eigentlich als Crewfarbe zur Zeit? Boah, nee, Hilfe Metall Das war nur, weil ich schwarz ausprobiert habe Und das einfach definitiv nicht geht Wir machen es jetzt so, dass wir hier Eingebürsteten Stahl nehmen Dann Metallic Also ein bisschen Glitschen müssen wir einfach Sekundärfarbe Nehmen wir ein Chrom dazu Gehen zurück Und suchen uns einen coolen Perleffekt dazu aus Oder auch nicht Der Glitsch geht nicht mehr Also unser Metallic Farben Glitsch Wir gehen hier durch Wir gehen raus Verlassen das Fahrzeug Gehen wieder ins Fahrzeug Gehen auf E Versuchen unsere Lackierung Versuchen unsere Lackierung Und dürfen es nicht mehr Also das ist neu Die haben das repariert Wir können keine coole Perleffekte mehr Zumindest nicht auf diese Basis bringen Schade So ein Frontgeschützturm haben wir Und wir können aber auch Drei Schütztürme Das machen wir So Warum zeigt er mir das noch immer an Das ist mal wieder typisch Ein kleiner Bug So Wir gehen aus dem Ganzen Und verlassen die Basis Und versuchen mal die Flug Schauen wir uns mal die Flugeigenschaften an Wir haben also hier Auf alle Fälle Wie beim Hubschrauber Und wenn ich jetzt auf E gehe Macht er mir gar nichts Schade Irgendwas macht er Ach das ist der Bodenschacht Ah jetzt Schaut mal Jetzt geht's Warum auch immer Ach lang drauf bleiben Aber so zu landen Ist nicht ratsam Das kann ich gleich so sehen Aber wenn mir jetzt noch jemand sagen könnte Wie das Ding Als Einsatzzentrale Aha Also das geht's Schon mal so So Wie kann ich jetzt hier wechseln Also cool ist es schon Allerdings habe ich noch nicht ganz kapiert Ah jetzt sind die Räder endlich drin So Haben wir hier Bewaffnung Haben wir eh Nein wir haben keine Achso das ist Ups Natürlich Aber wir haben keine Ähm Falschkörper Konnten wir da gerade Die haben wir nicht ausrüsten können Geht natürlich nicht Sie ist schon ganz schön schnell Ich bin probieren wir mal folgen also da dürfen wir landen dürfen wir sie auch abstellen wir dürfen mit diesem fahrzeug diese basis nicht betreten also wissen wir schon wieder mal mehr ich möchte jetzt nicht ausprobieren wie diese oder probieren wir es mal aus schaut mal im rundflug sieht sie auch so aus immerdimensionierten die uns ja natürlich dazu wir müssen dürfen nicht normal landen also das ist einfach definitiv denke ich ein aus möchte jetzt nicht unbedingt probieren wie viel das ganze teil versicherung kostet da haben wir noch eine andere basis übrigens gehe auf landen schalte den R aus und gehe runter also ich finde es ein bisschen schwach dass die nicht interaktiv untereinander ausgetauscht werden können dass jetzt zum beispiel eigentlich mein ding gestartet ist jetzt hier unten aber mein kubschrauber noch rum steht also ich dann ein bisschen probleme habe da wieder zu landen okay das ist natürlich cool wenn wir aua das bild ist aber schön das müsste das ist schön allerdings ui und wie die propeller eingefahren sind ist auch gut also das zur vorstellung der mobilen einsatz zentrale von der ich keine ahnung habe wie sie zur einsatz zentrale wird außer wenn sie irgendwo landet vielleicht keine ahnung im augenblick möchte aber jetzt in der open lobby im augenblick noch nicht ein aber wir können ja hier sie anfordern wir können sie anfordern zurück ins lager also vielleicht so dass wir sie irgendwo uns einfach hinstellen das machen wir doch dann später gleich mal aber soweit erstmal zu unserer einsatz zentrale so was haben wir denn hier eigentlich da drüben das monitor und es zeigt ein interview von herrn herz oder nein keine ahnung so hey hier ist unser ich habe doch e gedrückt hallo ach betritt den okay also lesen wer lesen kann hat mehr vom leben hier dürfen wir nicht weil dürfen nur da raus also ein bisschen bessere verknüpfung hätten sie schon machen können so also soweit zu unserer mobilen fahrzeug zentrale ich hoffe es hat euch ein bisschen spaß gemacht bis dann ciao ciao so